Bunte Vielfalt in vier verschiedenen Körpern. Die All-Court-Tennis-Tasche, die Monster-Kombi, die Kombi und der Backpack. Die Head Elite Kombi bietet Platz für sechs bis acht Rackets. Das verstellbare, abnehmbare und wendbare Schultergurt-System sorgt für eine hohe Flexibilität dieser Tasche. Accessoire-Fächer finden Sie vorne mit Reißverschluss und im Innern aus Netzmaterial ebenfalls mit Reißverschluss. Schlichtes, klassisches Design und praktische Details. Head bietet alles zu einem ganz und gar nicht elitären Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017